Monteller, oder? Sehr schön. Ja. Wir haben gerade unsere Vorspeise. Ich habe ein Scheinefilet mit Friseesalat. Die Rotweinbirnen habe ich schon leckerfuttert, weil sie lecker sind. Sehr lecker, sehr lecker. Das ist eine schöne Käseauswahl und ein Pressing. Und ich habe Lachs. Lachs mit einem kleinen Salat. Pressing. Na ja. Sehr lecker. Lass ich mir jetzt schmecken.